Hey, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit der nächsten Reihe der Draft-Analyse. Das heißt, wir gehen heute durch die NFC North durch, nachdem wir letztes Mal bei der AFC North waren. Heißt, wir haben heute die Packers, die Vikings, die Bears und die Lions. Ich gebe euch zu jedem dieser Teams eine Note. Ich gebe euch zu jedem dieser Teams den Spieler oder den Pick, den ich am meisten gemocht habe aus dem Draft und den, den ich am wenigsten gemocht habe aus dem Draft. Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mal mit den Lichtern im Hintergrund. Ich glaube, die Farben kann ich wirklich ein bisschen schlecht darstellen, leider. Ich glaube, ich finde es auch ganz cool, wenn es einfach zufällig durchläuft. Das vermittelt mir zumindest immer so ein bisschen ein gemütliches Gefühl, sage ich mal. Es sei denn, ihr sagt jetzt wirklich, boah, das mit den Lichtern war letztes Mal so cool, denn ich glaube, eigentlich war eher die Idee cool und nicht wirklich die Umsetzung. Und wenn ihr wirklich die Umsetzung cool fandet, dann lasst es mich wissen, dann kann ich es für das nächste Mal wieder machen. Wenn ihr sagt, das reicht euch so, wie es jetzt im Hintergrund ist, dann lasse ich es so auf jeden Fall. Alles klar, wir fangen mit den Green Bay Packers an. Vermutlich einer der am kontroversesten diskutierten Drafts seit langem. Wir gucken und fangen an ganz oben. Jordan Love, Quarterback in der ersten Runde, zweite Runde AJ Dillon, Power Running Back. Dahinter Josiah Deguara, der ein bisschen alles macht, ein bisschen Fullback, ein bisschen Tight End. Kamar Martin dahinter, dann John Runyon, Jake Hansen, Simon Stepaniak, Vernon Scott und Jonathan Garvin dann in der siebten Runde. Insgesamt wird nicht viel über die Mid- und Late-Round-Picks geredet, was bei den ganzen Teams, die sowieso schon stabiler sind, häufig mal Sache ist. Habe ich euch schon mehrfach gesagt, die eher schlechteren Teams oder die Teams mit einem eher schlechteren Roster, sage ich mal, suchen in den mittleren Runden dann vermutlich noch Leute, die eventuell mit ein bisschen Glück starten können oder auf jeden Fall wirklich wichtige Feldzeit sehen können. Und die besseren Teams oder die mit einem besseren Roster, wie zum Beispiel jetzt den Packers, die suchen eigentlich eher in den ersten Runden Starter und dann in den mittleren Runden ein bisschen Backups oder einfach mehr Fülle, Däpf nennt sich das immer Tiefe sozusagen, auf der Position oder auf den Positionen. Also das Problem bei den Packers waren halt die ersten zwei Picks oder so. Ich denke nicht, dass die sie wirklich weiter nach vorne treiben. Denn das Packers-Team letztes Jahr, wenn man sich das Ganze mal anguckt, die waren 13-3, glaube ich. Viele Leute haben gesagt, oh, das schlechteste 13-3-Team aller Zeiten, was auch immer. Letztendlich kann einem das ja egal sein. Wenn man 13-3 ist, ist man in den Playoffs und dann geht es halt darum, in den Playoffs was zu reißen. Aber so wie die dann kaputt gemacht wurden zum wiederholten Male, nach der Regular Season ja auch schon, von den 49ers, waren die Schwachstellen der Packers eigentlich ganz klar aufgezeigt. Das war Run-Defense und Offensiv-Waffen im Passing-Game. Und was gab es in der ersten Runde? Jordan Love, ein Quarterback. Was gab es in der zweiten Runde? Ein Power-Running-Back. Über Jordan Love werde ich ein bisschen später noch reden, aber AJ Dillon ist auch so eine Sache. Ich habe ihn ja nur im College gesehen, weil Boston College, Florida State gab es mehrfach. Generell, Boston habe ich mehrere Spiele geguckt. Die Problematik ist, du hast halt schon einen ziemlich guten oder für Packers-Fans vermutlich einen unglaublich guten Running-Back da in Aaron Jones. Du hast dahinter auch schon jemanden, der stabil ist meiner Meinung nach. Ich weiß nicht mal, ob AJ Dillon für mich der zweitbeste Running-Back bei den Packers ist jetzt. Und das für einen Zweitrunden-Pick, zugegebenermaßen Ende zweiter Runde. Aber trotzdem weiß ich einfach nicht, ob das Sinn ergibt für mich, weil so perfekt war das Team halt nicht. Da hätte man definitiv auch in den Runden noch Leute finden können, die einem besser geholfen hätten. Jetzt auf kurze Sicht. Auf lange Sicht ergibt der AJ Dillon-Pick wirklich nur Sinn, wenn man überlegt, von den ersten zwei Running-Back mindestens einen wegzugeben, um dann mehr in so ein Power-Running-System à la Tennessee zum Beispiel zu gehen. Und ich weiß einfach nicht, ob das die Packers sein sollten, solange wie du noch realistische Chancen hast, mit einem Aaron Rodgers und dem Aaron Rodgers-System einen Super Bowl zu gewinnen. Das wirkt ein bisschen wie ein unnötiger Systemwandel, denke ich. Aber das ist halt eine Philosophie-Frage, ob man das System ändern will oder nicht. Mein Lieblings-Pick des Packers-Drafts ist sechste Runde Offensive Guard John Runyon. Ich glaube, die haben in der sechsten Runde drei Offensive Linemen genommen. Oder vielleicht war einer davon siebte Runde, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber John Runyon auf jeden Fall aus Michigan. Hat viel Tackle gespielt, ist ja jetzt ein bisschen Experiment auf Guard, beziehungsweise wird auf Guard kicken müssen, wurde auch als Guard meines Wissens gedraftet. Und da vermutlich hinter Elton Jenkins und wer ist der andere? Billy Price? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hinter dem auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich Spielzeit sehen sollte, ob es gut wäre, meine ich. Natürlich wird er kein Starter, aber ob es gut wäre, wenn er auf dem Feld ist im ersten Jahr oder ob man sich dann wirklich Gedanken machen müsste um die Guard-Position. Aber ich denke, langfristig gesehen ist das ein cleverer Pick. Der Pick, den ich am wenigsten mag, das ist Jordan Love. Und das Interessante bei der Packers-Basis war, die ganzen Amis sind sauer oder die meisten davon wenigstens. Aber bei den deutschen Packers-Fans habe ich teilweise dann Sachen mitgekriegt. Viele von euch werden es nicht gerne hören, aber das ist halt wirklich ein bisschen eingeredet. Von wegen, ah, Dreck, wir haben den gepackt. Naja, aber es könnte eventuell, haha, letztendlich wäre es schlecht, wenn er in den nächsten drei Jahren irgendwann spielt. In den nächsten vier Jahren irgendwann spielt, weil das die Zeit ist, in der Aaron Rodgers noch da ist. Und ich weiß nicht, ob Packers-Fans vielleicht ein bisschen verwöhnt sind oder was auch immer. Es ist nicht normal, einen Quarterback wie Aaron Rodgers zu haben. Und dann sollte eigentlich die Mission, gerade wenn er noch vier Jahre Vertrag hat mit einem Out nach drei Jahren, wenn ich mich nicht irre, sollte die Mission eigentlich sein, wie können wir Aaron Rodgers helfen, unserem Team zu helfen. Und nicht, wie können wir den Nachfolger für Aaron Rodgers in fünf Jahren draften. Der wird eventuell seinen kompletten Rookie-Vertrag nicht spielen. Jordan Love. Und das ist kein guter Pick in der ersten Runde, gerade wenn es ein Quarterback ist, der bis dahinten fällt. Wenn die Packers jetzt zufällig durch irgendeinen Trade, der vor zwei Jahren passiert ist oder sowas, den vierten Pick in der ersten Runde gehabt hätten und damit einen Quarterback draften, dann kann man halt wenigstens auch sagen, oh, eventuell hat der so unglaublich viel Potenzial, dass man ihn unbedingt draftet. So krass viel Potenzial. Ich will nicht sagen, kann Jordan Love nicht haben. Kann natürlich passieren, logisch, dass selbst jemand mit so viel krassem Potenzial fällt, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher, weil ansonsten nämlich noch andere Teams draufgesprungen werden. Und der Vergleich mit der Aaron Rodgers und Brad Favre Situation hinkt auch ein bisschen, weil damals Brad Favre erstmal, glaube ich, vorher schon mal retired war und dann wiedergekommen ist. Und zweitens ist Aaron Rodgers ihnen halt auch in den Schoß gefallen. Und jetzt sind sie nach vorne getradet für Jordan Love. Also da bin ich mir echt nicht sicher, ob das so der beste Vergleich ist, auch wenn es mit dem Alter und sowas natürlich stimmt. Insgesamt überhaupt kein Fan vom Packers Draft. Wenigstens muss ich sagen, habe ich auch von vielen Packers Fans diesmal gehört, dass sie absolut kein Freund davon sind. Und deswegen komme ich jetzt vermutlich auch nicht als Hater rüber, wenn ich sage, die Packers kriegen von mir eine 5+. Wir kommen zu den Vikings. Die hatten zwischendurch, glaube ich, mal 19 Picks oder sowas. Insgesamt sind es 15 geworden. Wir gehen hier einfach direkt am Anfang mal durch. Wir haben Justin Jefferson und Jeff Gladden in der ersten Runde. Dann dahinter Ezra Cleveland, Cameron Dantzler, DJ Wanham, James Lynch, Troy Dye, Harrison Hand, KJ, Osborne, Blake, Brandl, Josh Metallis, Kenny Willekies, Nate Stanley, Brian Cole und Kyle Hinton. Bisschen schwer jetzt dazu was zu sagen. Ich gebe auch die Spieler ein, die ich eventuell nicht mehr erwähne und sowas. Justin Jefferson, guter Pick, geduldig geblieben, da geblieben. Jemand, bei dem viele Mockcrafts davon ausgegangen wären oder davon ausgegangen sind, dass er zu dem Zeitpunkt schon weg ist und er war tatsächlich noch auf dem Board. Also das Beste passiert eigentlich für die Vikings. Dann dahinter Jeff Gladden in gesnackt. Nach einem Trade Down sogar noch Ezra Cleveland. Glaube ich, kann starten mit bisschen Glück. Wird eventuell schwer, generell für Rookies dieses Jahr zu starten. Schwerer als die Jahre davor, wegen des Rookie Minicamps und so weiter. Ansonsten muss ich sagen, Cameron Dantzler ist ein kleiner Risikopick. Aber wenn der funktioniert, hast du direkt nochmal einen Starter Corner rausgeholt. Troy Dye ist gefallen und sie haben ihn gesnackt. Harrison Hand haben manche Leute überlegt, ob er früher gedraftet wird. Josh Metallis, finde ich, ist unterschätzt. Kenny Willekies ist unterschätzt. Also die Vikings haben insgesamt einen echt richtig, richtig geilen Draft abgestaubt. Klar mit vielen Picks und so weiter. Und wenn ich die Trades mit reinnehmen würde, dann müsste man sich halt überlegen, ja, Justin Jefferson kommt mit extrem viel Hype rein. Aber kann er die Diggs-Rolle direkt füllen im ersten Jahr? Wird schwer, wie gesagt, gerade ohne die Rookie Minicamps und so weiter. Wir gehen trotzdem in meinen Lieblingspick rein. Und mein Lieblingspick ist der andere First-Round-Pick, Jeff Gladden. Nachdem ich mein Cornerback-Video gemacht habe, habe ich mir noch mehr von ihm angeguckt. Und da ist er echt noch mein Cornerback-Board ein bisschen hochgeschossen. Er wäre nicht in die Top 3 reingekommen. Also was mit Christian Fulton passiert ist, weiß ich nach wie vor nicht. Aber vermutlich dann direkt dahinter über Jalen Johnson auf jeden Fall. Was ja auch im Draft so passiert ist. Also Jeff Gladden hier noch zu kriegen nach einem Trade-Down in der ersten Runde. Extrem starker Move. Im Idealfall kommt er rein und wird direkt Corner Nummer 1 bei den Vikings. In einer sehr passfreudigen Division. Deswegen ist das viel wert. KJ Osborne ist der, den ich am wenigsten mag aus dem Draft. Allerdings fünfte Runde. Also ist nicht so wirklich kritisch. Ich hätte mir gewünscht, dass früher noch ein nächster Wide Receiver dazugekommen ist. Denn jetzt als Wide Receiver 3 hast du was. Ola Bisse Johnson oder sowas. Und dahinter hast du auch nicht wirklich was. Und auch der als Wide Receiver 3 ist vielleicht schon nicht so das Gelbste vom Ei. Das heißt die Vikings müssen jetzt wirklich drauf hoffen, dass sich da niemand verletzt. Klopf auf Holz. KJ Osborne ist für mich niemand wirklich der als Wide Receiver ein NFL-Roster schafft. Das heißt der muss über Special Teams reinkommen. Und da sind die Vikings meiner Meinung nach auch schon relativ stabil gewesen. Und das ist auch einfach nicht genug wert für mich an der Position. Aber das ist wirklich schon sehr krümelnd. Ihr wisst Bescheid. Insgesamt die Vikings kriegen von mir eine wunderbare glatte Eins. Wir gehen weiter zu den Bears und gucken mal was die gemacht haben. Runde 2 Cole Komett, Tide End. Dann später Runde 2 Jan Johnson, Cornerback aus Utah. Travis Gibson, Kindle Wilder. Ich glaube Wilder wird da gesprochen. Daniel Mooney, bisschen unterschätzer Wide Receiver. Arlington Hambright und dann Lecavius Simmons. Das ist der Draft der Bears. Und dadurch, dass sie nicht so viele Spieler gepickt haben, gerade auch in den frühen Runden. Wir haben halt 2 in den ersten 2 Runden oder 2 in der 2. Runde und dann erst in der 5. wieder. Müssen wir da gar nicht so viel drüber reden. Ich gehe direkt mal auf meinen Lieblingsspieler ein. Das ist Jalen Johnson in der 2. Runde Cornerback. Trotzdem ich gerade eben meinte, Jeff Gladney hat ihn zum Schluss überholt. Denke ich immer noch, dass Jalen Johnson direkt in einem NFL-Team starten kann. Bei den Bears auf Corner 2 höchstwahrscheinlich 2. 2. Outside Corner würde ich mir wünschen. Auf jeden Fall, das wäre clever. Das ist mein Lieblingspick. Ich denke wirklich, dass er mit seinen Ball-Skills viel anrichten kann. Ist noch ein bisschen roh, wenn die das hinkriegen, den zu trainieren. Wird er auf jeden Fall, oder wird er auf jeden Fall einige Möglichkeiten haben. Denn wie gesagt, NFC North, sehr pass-heavy. Du hast Aaron Rodgers drin, Kirk Cousins, der in letzter Zeit immer besser geworden ist. Matt Stafford, der kriminell unterschätzt ist, weil er bei den Lions ist. Aber ich glaube, als Quarterback an sich wissen ihn immer mehr Leute zu schätzen, wirklich. Und bei einem anderen Team wäre er auch deutlich hochgehypter. Und Gott sei Dank müssen die Bears ja nicht gegen die Bears Quarterback spielen. Das sind ja die absoluten Legenden bekanntlich. Aber nee, Jalen Johnson wird schon die ein oder andere Möglichkeit haben in der NFC North. Pick, den ich am wenigsten mag, ist der allererste Bears-Pick. Ich glaube, da gibt es auch ein super GIF auf Twitter zum Beispiel, was entstanden ist beim Livestream der zweiten Runde. Cole Komet ist so nah an einem verschwendeten Pick drin. Nein, nicht verschwendeter Pick ist heavy für einen Zweitrunden-Pick. Aber wenn ich wirklich jetzt sagen würde, einen Spieler wie Cole Komet auf dem Feld zu haben, gerade als Bears, die jetzt nicht den größten Need auf Tied End haben, meiner Meinung nach, die sowieso schon extrem viele mittelklassige Tied Ends im Roster haben, und auch ein paar schlechtere, Cole Komet im Roster zu haben, für mich wäre mir definitiv kein Second-Round-Pick wert. Allerfrühstens ein Viertrunden-Pick. Und das Ding ist, wenn du aber einen der besten Tied Ends dieses Jahr haben möchtest, dann musst du halt trotzdem relativ hoch zugreifen, weil irgendwelche anderen Teams noch einen Tied End Need haben. Andere Teams kommen aus dem Nichts und greifen sich einen Tied End ab und sowas. Das heißt, wenn du einen der besseren Tied Ends willst, musst du ihn halt trotzdem hoch draften, obwohl das Talent es eigentlich nicht wert wäre. Meiner Meinung nach hätten die Bears halt andere Baustellen gehabt und deswegen kann ich das nicht wirklich verstehen. Insgesamt hast du im ganzen Draft vielleicht, was heißt vielleicht, zwei Leute mindestens, die den Roster machen sollten, zwei Leute, die höchstwahrscheinlich eine Rolle haben werden am Gameday-Roster und dahinter wird es dann schon echt schwer, welche zu finden, die in dem aktiven Kader sein werden, Woche für Woche. Und deswegen ist es für mich als Draft nur eine Vier. Okay, wir kommen zu den Lions. Natürlich das Team, über das ich am meisten weiß und generell auch die Draft-Klasse, über die ich am meisten weiß. Ich bin Lions-Fan, falls jemand von euch neu ist. Abonniert. Wir gucken uns mal an, wen sie alles haben. Jeff Okuda direkt auf drei, dann in der zweiten Runde DeAndre Swift, für mich der beste Running Back im Draft. Julian Okwara, der aufgrund von Verletzungen gefallen ist in der dritten Runde. Dann Jonah Jackson auch noch in der dritten Runde. Logan Stanberg in der vierten, zwei Guards also. Quintess, Cephas, Wide Receiver aus Wisconsin in der fünften, dann Jason Huntley in der fünften, John Penicini, geiler Name übrigens, in der sechsten Runde und Deshaun Cornell in der siebten Runde. Zwei eigentlich Defensive Tackles. Weiß nicht, wieso Cornell hier als Defensive End drinsteht. Ist aber sowieso relativ egal im Lions-System. Grundsätzlich war ich sehr, sehr zufrieden. Die letzten Jahre war es ja immer... Mit Hockinson war ich eigentlich auch ganz zufrieden, sage ich mal. Aber ich glaube nur, weil er so sympathisch ist. Wenn er unsympathisch ist, dann wäre ich vermutlich mit Tight End an acht nicht so zufrieden gewesen. Und die Jahre vorher war es halt O-Line, Linebacker, O-Line, wenn ich mich nicht täusche. Es müsste gewesen sein Ragnar, Davis und dann Taylor Decker. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall war ich die Jahre vorher nie wirklich so zufrieden mit der Draft Class, wenn man ehrlich ist. Dieses Jahr bin ich echt positiv gestimmt. Und dieses Jahr kriegen die Lions auch national in den USA ein deutlich besseres Feedback als die Jahre davor. Mein Lieblingspick ist Jeff Okuda in der ersten Runde. Ich habe überlegt, ob Julian Okwara mein Lieblingspick ist, weil einerseits reinspielt, dass wir den Bruder schon hatten. Das heißt, der kommt jetzt noch dazu. Das ist so ein bisschen heartwarming Story. Ansonsten nicht wirklich wichtig auf dem Feld. Aber der hat halt auch wirklich viel Verletzungspech gehabt. Und wenn er fit gewesen wäre, vermutlich Borderline Ende, Erste, Anfang, Zweite Runde. Sowas vom Passrushing einfach nur pur oder vom Defensive Endspielen einfach nur pur wird vermutlich die Jackrolle übernehmen. Letztendlich ist es aber, wie gesagt, Jeff Okuda geworden, einfach weil zu viel Potenzial da gewesen wäre, Mist zu machen mit dem Third-Over-Roll-Pick meiner Meinung nach. Quarterback wäre ganz, ganz furchtbar gewesen. Offensive Tackle hätte mich sehr geärgert. Selbst Isaiah Simmons, der an sich ein cooler Spieler ist, hätte mich geärgert, über Jeff Okuda den zu draften. Deswegen bin ich echt froh, dass sie den Pick quasi nicht verhauen haben. Das heißt, mit Desmond Truffant auf höchstwahrscheinlich 2 oder am Anfang eventuell 1 und Okuda dann auf der anderen Position und Justin Coleman im Slot ist es ein echt stabiles Cornerback-Trio. Desmond Truffant, ich weiß nicht wieso, wird irgendwie ein bisschen unterschätzt. Und immer habe ich das Gefühl, soll jetzt hier auch nicht reinspielen. Aber Jeff Okuda auf jeden Fall eine sehr, sehr prominente Rolle von Anfang an. Die Andre Swift war für mich der beste Running Back im Draft. Auch da habe ich überlegt, ob ich ihn reinnehme. Aber einfach dadurch, dass der Running Back wertgefallen ist die letzten Jahre, habe ich überlegt, mache ich das vielleicht nicht. Wir gehen zu dem Pick, den ich am wenigsten mag. Auch das ein Running Back. Und zwar Running Back Jason Huntley in der 5. Runde. Jemand, den niemand wirklich auf dem Schirm hatte aus New Mexico State. Das Ding ist, er ist vermutlich auch eher als Return Specialist gekommen. Denn ich sage mal, auf Running Back muss er ansonsten halt erst mal vorbei an den ersten Zweien. Und das wird nicht passieren. Die Lions haben letztes Jahr einen ähnlichen Running Back gedraftet. Ty Johnson, der allerdings nicht wirklich durchstarten konnte. Weder als Returner noch als Running Back. Beide sind unglaublich schnell. Ty Johnson ist vermutlich noch einen Ticken schneller. Aber Jason Huntley hat höchstwahrscheinlich die bessere Vision. Das heißt, Jason Huntley mit ein bisschen Glück kann der die Rolle von zwei Spielern in dem Team ersetzen. Das ist einmal Jamal Agnew als Returner und dann als Speedback Ty Johnson. Ich sehe es nicht wirklich kommen. Und ich denke, das ist ein Pick, mit dem man in eine der beiden Lines noch mehr hätte investieren können. Oder ein besseres Ergebnis rausgekriegt hätte. Und deswegen ist es der Pick, den ich am wenigsten mag. Insgesamt aber wirklich unglaublich zufrieden. Denn lasst mich wissen, ob ihr denkt, dass ich ein Homer bin damit jetzt. Aber ich sage, das ist eine Eins. Gut, das war es mit der NFC North. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mich unbedingt wissen, was ihr als nächstes haben wollt. Welche Division. Wir haben die AFC South. Und wir haben die AFC Dreck. Welche habe ich gemacht? Die AFC East haben wir noch. Genau. Die East und die South sind noch da. AFC, das ist das nächste Video aus der Reihe dann sozusagen. East denkt dran ist das mit den Bills, den Jets und den Patriots zum Beispiel. Die Dolphins und, nee, South, Entschuldigung, bin schon wieder verwirrt, sind die Titans, die Jaguars, die Texans und die Colts. Also einen davon, das wäre dann die nächste Draft Class. Es sei denn, ich bin gerade komplett durch den Wind. Aber das müsste eigentlich stimmen. Lasst mich wissen, was davon ihr haben wollt. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.